Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hatte die Idee, weil es im Herbst 2019 30 Jahre her ist, dass die Mauer gefallen ist und ich habe mich gefragt, was für Hoffnungen hatten wir damals vor 30 Jahren und wie sieht Europa heute aus und welche Hoffnungen haben die jungen Menschen in Europa. Und darum machen wir hier gemeinsam ein Theaterprojekt, das Theaterprojekt Europa im Wandel mit Jugendlichen aus Nordeuropa, aus Irland, Schottland, Berlin und Brandenburg und gehen dieser Frage nach. Und am Ende gibt es eine Aufführung und das ist auch eine sehr gute Gelegenheit, dass die Jugendlichen ihre deutsche Sprache verbessern können. Untertitelung des ZDF, 2020 Sklaverei im Herzen Berlins Bauarbeiter warten und steigen auf ihren Lohn Das Recht ist auf Seiten der Privilegierten Investor hat moralisch besagt Sklaverei, doch auch nicht hier bei uns, nicht im Herzen der deutschen Hauptstadt Das Landenliebstahl gegen die Gesetze der deutschen demokratischen Republik verstößt. Europa ist eine unendlich grenzenlose Bewegung. Es ist ein Anfang. Das Land ist aus den Menschen, die dort leben, gemacht. Und in Europa, nach meiner eigenen Erfahrung, sind die Menschen unglaublich. Aus und der Freude Krass Mies Für niemand, keine Macht, die Gedanken sind frei. Schlage, abgewiesen. Und was lernen wir daraus? Das Recht ist nicht auf der Seite der Ausgebeuteten. Das ist einmal gut, das geht mit. Das ist einmal gut, das geht mit. Das ist einmal gut, das geht mit dir. Ich stelle mich ab, ich stelle mich ab. Das kann doch so schwierig sein. Ich stelle einfach vor Erden mit Oma dabei. Und das ist einmal gut, das geht mit. Das ist einmal gut, das geht mit. Das ist einmal gut, das geht mit. Vielen Dank.